Nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer werden immer misstrauischer gegenüber dem kommunistischen Regime in China. NTDs Korrespondent David Vives in Frankreich sprach mit einem Senator, um das Thema näher zu beleuchten. Mehr als zehn Jahre lang arbeitete der französische Senator André Gatollin in der französischen Außenpolitik, wobei er die KP Chinas und ihren Einfluss in Asien und Europa beobachtete. Er hat in letzter Zeit bedeutende Veränderungen innerhalb der französischen Regierung bemerkt. Als ich vor zehn Jahren die Leute vor dem Einfluss der KP Chinas gewarnt hatte, sagten sie mir immer, ich sei paranoid. Heute scheinen einige Minister und hochrangige Funktionäre, mit denen ich im Außenministerium gesprochen habe, China gegenüber misstrauisch und argwöhnisch zu sein. Gatollin sagt, dass es dafür mehrere bezeichnende Beispiele gibt. Eines ist die Schließung von Konfuzius-Instituten an verschiedenen Universitäten in Europa. Es passiert jetzt mehr und mehr in Europa. Die Bildungsminister haben wegen des Verdachts auf Spionageaktivitäten der KP Chinas kürzlich zwei Konfuzius-Institute geschlossen, darunter eines in Groningen in den Niederlanden. Auch im Vorstand einer Regierungsbehörde, der ihr angehört, sah Gatollin die Veränderungen. Aber Gatollin sagt, dass chinesische KPC-Beamte im Umgang mit französischen Beamten dreister geworden seien, vor allem in ihren Versuchen, die Entscheidungssituation zu beeinflussen. Die KP Chinas wird immer aggressiver und dreister. Es ist zwar recht einfach, ein Konfuzius-Institut zu schließen, aber es ist schwieriger, die Versuche der KP Chinas zu stoppen, die Universitäten durch ihre Netzwerke und durch ihre Finanzierung zu beeinflussen. Eine im November 2020 veröffentlichte Umfrage zeigt, dass etwa 70 Prozent der Menschen in Frankreich negative oder sehr negative Gefühle gegenüber dem chinesischen Regime haben. Die Befragten meinten, der Hauptgrund dafür sei das KPC-Virus und die Art und Weise, wie Chinas Behörden damit umgehen. Mehr als die Hälfte gab an, dass sich ihre Meinung über das Regime in den letzten drei Jahren verschlechtert habe. David Vives, NTD News, Paris.